ja leute wir machen da weiter ich hab's gefunden der eingang ist nämlich gleich hier unten ich hoffe wir kommen da rein das heißt glaube ich das mysterium und wir sind viermal gestorben jetzt und das kann jetzt bedeuten wir stürmen noch ein bisschen öfter bei den über 100 videos die wir jetzt gedreht haben für aha da gibt ja gar nichts oder cool sind wir kein einziges mal gestorben und das holen wir jetzt nach deswegen verwende ich auch nur das heldenschwert und wir werden sehen wie es da weitergeht was haben wir hier ja da oben ist eine kugel ich glaube da müssen wir drauf ziehen ja die sind ein bisschen heftiger schaut so aus gell ja Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 aha das können wir gut brauchen dann schauen wir weiter das ist auch ein schatz und was sehen wir jetzt da leute ich glaube wir müssen darauf irgendwie ok das wird ein bisschen länger dauern ich checke mal die lage und mache hier einen kurzen schnitt so leute ich habe jetzt einen rundumblick gemacht und sehe dass da hinten die flammen lodern dort lodern sie nur da und da nicht jetzt probieren wir die einfach anzuzünden vielleicht ergibt das einen sinn da braucht man glaube ich nur den feuerball ok so jetzt probieren wir mit dem feuerball aha da tut sich gar nicht oh doch seht ihr da ist auch ein schatz kleiner teppich ja ok und da drüben haben wir auch noch so ein das geht ja unendlich weiter da kommen ja auch schon wieder jungs wir schnappen uns zuerst einmal die blume oh zu dritt Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Blau Und noch einmal Gelb Das nächste ist Rot Dann da drüben ist Blau Dann noch einmal Rot Und noch einmal Blau Und noch einmal Rot Ja Ja, ja Da ist ein Böser, da ist ein Böser Wir machen da jetzt nicht mehr viel Federlesen draus Geh weg Okay Ich bin ja schon gespannt, was da auf uns wartet Oh cool, Leute Also Aurora hat schon was, gell? Okay Und was gibt's da vorne? Ja, danke Mike für den Tipp Goldschlüssel wieder einer Super Wir schauen uns dann noch einmal um Das ist echt cool hier Da unten ist was Ja, ziemlich tief Gut Leute Wir beamen uns kurz einmal Zur Party Von Mr. Grizzly X Alter Kämpfer Ich hoffe du hattest Spaß an diesem Lied Wir haben's versucht Wir sind gestorben Wir haben gekämpft wie ein Löwe Und ja Alles Gute noch einmal Dein Freund Tozo Also Leute Gratuliert diesen jungen Mann Ich wünsche euch noch einen schönen Tag Eine schöne Feier Und ich hoffe wir sehen uns bald wieder Und tschüss